Wir sind sehr schnell und aggressiv. Wir müssen das ordentlich zu 100% umsetzen und ich denke, dann sind wir auch ein sehr gefährliches Team. Augsburg ist eine super Eishockey-Adresse hier in Deutschland und ich freue mich riesig auf die kommende Saison. Wir spielen in-your-face Hockey. Servus Panther-Fans, ich freue mich saumäßig auf die neue Saison. Seid ihr bereit? Ich freue mich. 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 Ich freue mich.